hallo und willkommen auf meinem kanal mein name ist julia und willkommen auf jubilees welt heute gibt es einen test es gibt heute ein mascara test und wir testen einmal die von essence die get big lashes volume curl das ist einmal die rosa oder rote version und wir testen die neue double trouble mascara extra black definition und volume genau die zwei schätzchen testen wir und ich wünsche euch ganz ganz viel spaß bei dem video ich teste auf diesem auge hier die get big lashes mit euch live die sieht einmal so aus es ist ein dickeres bürstchen und ich gebe die mir jetzt erstmal auf komme ein bisschen näher so dass einmal die get big lashes und auf diesem auge testen wir die double trouble mascara sieht einmal so aus mit einem gummi bürstchen und einem normalen bürstchen so genau das ist jetzt die erste schicht wir lassen das kurz trocknen und dann kommt die zweite schicht für ein besseres ergebnis so wir machen jetzt die zweite schicht drauf so So. Das ist das Ergebnis. Get Biglicious. Und hier haben wir einmal die Double Trouble. Genau. Also ich finde beide Ergebnisse schön. Ich finde jedoch, die Get Big Lashes, die Get Big Lash Mascara, die knüpft ein bisschen, was die Double Trouble nicht tut. Wenn ihr das sehen könnt. Ja. Aber vom Ergebnis her sind die wirklich schön. Und vor allen Dingen die Mascara für 3,75 Euro ist echt ein Schnapper. Ja. Also mein Fazit ist, die Mascara ist wirklich toll. Klar, man könnte jetzt noch 3, 4, 5 Schichten drauf machen. Ich habe jetzt nur 2 Schichten drauf gemacht und finde das schon wirklich schön. Es macht einen schönen Wow-Effekt. Und ja, ich finde die wirklich, wirklich toll. Mir gefällt das auch richtig gut, dass die nicht so verklumpt wie die Get Big Lash Mascara. Ja. Genau. Das war das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir doch gerne noch einen netten Kommentar da unten. Und wenn du keine weiteren Videos von mir verpassen willst. Mein Kanal ist für euch kostenlos und aktiviert die Glocke. Da würde ich mich mega, mega freuen. Und es zeigt mir, dass die Videos euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao.